Ja, grüß dich, du Ernst, hast du das schon mit Lukas gehört? Die möcht ja gar nicht rappen, weil der hat ja letztes Jahr gegen Saigo verloren. Oh je, und dann ist er ganz verletzt geworden, der arme Jung, der arme Bursche. Das tut mir schau leid, hey, 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 ich weiß gar nicht, der hat dem Ramses gesagt, dass er mitmacht oder was, der hat noch nichts geschrieben, ich denke, der macht gar nicht mit, ich weiß es nicht. Hey, was soll das hier, Alter, was soll das? Ich bin ja schon weggegangen. Landquille. Ich schau eine Bananen, das ist voll krass, Alter, um andere zu betteln bin ich ganz falsch da. Ich geh in den Kindergarten, weil die erst nicht rappen können. Ah, ja, 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 hallo? Hallo. Ja, und du Ramses, ich soll dir noch einen schönen Gruß sagen vom Lukas. Genau. Das ist seine Qualifikation. Aha. Dem fällt halt nichts ein, wenn er keine Gegner hat, kann er nicht rappen. Jetzt wissen wir's. Ich moin' halt nur. Schönen Gruß und bis zum nächsten Mal. Töterlösung. Da doch. Da doch wohl. Da doch. Danein De Grau 15ilen. Da doch gesagt Opfer begin! Vielen Dank.